Nicht nur im DJ-Bereich gibt es Neuigkeiten, sondern auch im Sound-Bereich. Was habt ihr da für Neuigkeiten? Die WAM-Serie ist schon alt und bekannt. Da geht es ja um mobile PA-Systeme, die wir haben. Wir haben auf der Mobile Enter 10 das erste Mal die WAM-Serie 08 dabei gehabt, jetzt haben wir die WAM-Serie 10 dabei und im Prinzip wäre das gleiche System natürlich noch stärker und auch wirklich deutlich besser vom Sound. Also hier würde ich sagen sind wir weit über die Gartenparty hinaus und können auch wirklich kleine Empfänge damit machen. Man kann die auch linken und alles, das ist alles kein Problem. Man kann auch mehrere Boxen verwenden. Hier noch besonders schön, mit Trolley und auch einen echten robusten Griff. Das ist ein gescheites Material. Und was bei der WAM-Serie, die heißen ja WAM-S-BT, das war bei der 8 auch schon so, die laufen über Bluetooth auf. Jetzt kann ich ja auch mein iPhone quasi direkt Musik gerade streamen. Genau, genau. Kannste rein streamen und kannst dann darüber direkt bedienen. Wobei natürlich auch sonst SDK-USBs dabei auch dabei, also die Anschlüsse normal vorhanden sind, aber halt mit Bluetooth, weil heutzutage halt viele machen, also dass wir streamen wollen in der Musik. Wie viele Stunden hält ungefähr so eine Box? Angegeben ist mit circa 8 Stunden. Kommt, es kommt halt auch immer darauf an, ist ja klar. Wie laut man sie einsetzt, wenn man natürlich nur ganz leise macht, dann ist klar, die bisschen länger hält. Genau, wenn du einen Scheinwerfer hast, also auch Akkuscheinwerfer, da könnte man dann auch noch vielleicht kurz drüber schauen. Da gibt es auch einen Unterschied zwischen Full-On, also alle Farben, was einen nie jemand macht. Aber du musst es halt so angeben. Also deswegen. Ein kleiner Nachzeug noch, da habe ich so wieder mal was vergessen. Und zwar, es gibt nämlich die WANZ 10BT 1 und 2. Und es hat einen Grund, weil die 1 hat ein Mikrofon dabei und die 2, der hat zwei Mikrofone dabei. Boah, das ist ja jetzt sehr innovativ. Das ist sehr innovativ. Ich wollte es aber erwähnt haben, weil gerade die Frage kommt bei mobilen Anlagen. Ja, ich hätte aber gerne ein Mikrofon dabei, logischerweise. Ich gehe schon immer davon aus, weil ich auch das schon oft erklärt habe, dann habe ich es jetzt doch glatt vergessen. Deswegen, ich entschuldige mich ganz förmlich und sage... Das macht überhaupt nichts, Michael. Ne, also wie gesagt, also mit einem oder zwei Mikrofone lieferbar. Ja. Wunderbar, dankeschön.